Wenn man zwischendurch auf 256 Seiten kommt, ist mir im Nachhinein noch ein Rätsel. Aber die längste Schreibsitzung, die ich einmal hatte, war von Sonntagfrüh 10 Uhr bis Montagfrüh 9 Uhr. Das sind 23 Stunden. Und das halte ich durch. Vom Star, wir sind hier in Offenburg beim Bruder Verlag, wird mir in Erinnerung bleiben, dass man exquisit mit mir umgegangen ist, mich hervorragend untergebracht hat, freundlichst bewirkt hat und ich würde gern öfters kommen.